Hallo! Normalerweise haben Sie ja immer am roten Teppich gestanden. Sind Sie ganz froh, diesen Abend einfach mal so genießen zu können? Ja, es ist jetzt das fünfte Jahr, dass ich einfach nur so komme und nichts machen muss. Das Schönste ist, dass ich nicht mehr anderthalb Stunden mit dicken, wollenden Unterhosen auf dem roten Teppich stehe. So sehen also die Damen am roten Teppich aus. Ja, ich hatte dicke, wollende Unterhosen und dann über dem Abendkleid noch ein Pulli und darüber noch einen dicken Mantel und dann habe ich auch noch Lammfeldstiefel angehabt und ich war trotzdem total durchgefroren am Ende. Keine guten Tipps für die Wärme. Ich finde, der Februar ist ein schlechter Monat für solche Events, aber natürlich ideal, um alle hierher zu kriegen. Aber jetzt haben Sie ja ein Kleid ausgewählt, das ist ja für die Kälte nicht ganz so geeignet, aber es ist wunderschön. Das ist das ideale Winterkleid. Mit Thermoanzug da drunter. Ein Hauch von Spitze, ja genau. Nein, das ist schon wahr, es ist eigentlich, aber Ihr Kleid ist auch nicht viel besser. Da haben Sie recht, ich friere ja auch. Aber ich habe auch keine Lammfel-Einlagen leider drin. Wollen wir jetzt gemeinsam klappern? Wir klappern gemeinsam. Ich wünsche Ihnen viel Spaß heute Abend. Ihnen auch.